Der Kunstführer lädt zu einem Rundgang ein und vermittelt Hintergrundinformationen zu einzelnen ausgewählten Kunstwerken, die man hier an der ETH Zwielich betrachten kann. Der Künstler Bernhard Luginbühl gehört zu den wichtigsten Eisenplastikern der Schweiz. Bei diesem Werk hier, namens Silver Ghost, hat er, wie so üblich für ihn, mit Industrieabfällen gearbeitet. Untertitelung des ZDF, 2020